Hi zusammen, ich grüße euch. Ich zeige euch, wie Sie ein Bildschirmfoto von Blender einfach speichern können und später auch benutzen können. Also wir öffnen zum Beispiel, wir haben zum Beispiel dieses Bildschirm gemacht und wir wollen zum Beispiel speichern, indem wir einfach auf Fenster gehen und dann sehen Sie hier Bildschirmfoto speichern. Also dann können Sie einfach drauf drücken und das Bild wird einfach gespeichert und Sie sehen hier, Sie haben die Möglichkeit das Bild einfach zu benennen, wie Sie einfach wollen und Sie können nicht nur in BNG speichern, Sie haben auch die Möglichkeit in andere Dateien einfach zu speichern. Zum Beispiel, Sie können zum Beispiel hier in BMP speichern, in Iris speichern, in Speck auch speichern und Sie sehen schon die Dateinformaten, die wir einfach benutzen können. Also Sie können zum Beispiel nochmal das Bild komprimieren, wie Sie einfach haben wollen und Sie können zum Beispiel das Vollbild auch haben oder Sie sagen, nee, Sie wollen gar nichts. Also wenn Sie kein Vollbild haben wollen, dann machen Sie den Häckchen hier, den Hacken hier einfach raus und dann können Sie einfach nur etwas haben. Also zum Beispiel, ich möchte mein Bild als D-Bag haben, dann mache ich einfach J-B-G, das heißt das ist einfach in D-Bag, ich möchte das haben und wenn ich fertig bin, dann kann ich hier drauf drücken, Bildschirmfoto speichern und sofort wird es einfach gespeichert. Und so haben Sie die Möglichkeit, die Sache einfach zu speichern und das Bildschirmfoto zu speichern oder das Screenpad einfach zu speichern, wie Sie einfach wollen. Sie haben auch die Möglichkeit hier am Skid Screencast einfach zu speichern, indem Sie einfach hier drauf drücken und es geht genauso. Also sofort wird es einfach gespeichert. Sie haben auch die Möglichkeit nochmal das Bild richtig zu positionieren, damit Sie einfach speichern können. Also und von daher freue ich mich auch auf das Video mit euch geteilt zu haben.